Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Er will wohl sicher gehen, dass ermittelt wird. Der türkische Präsident Erdogan hat nun selbst über einen Anwalt Strafanzeige gegen Jan Böhmermann gestellt. Bei der Staatsanwaltschaft Mainz ging ein entsprechender Antrag ein. Er kann eine Strafanzeige und auch einen Strafantrag stellen wegen Beleidigung. Dann allerdings nicht mehr als Staatsmann, sondern als Person Erdogan. Und diese Strafanzeige würde dann von der Staatsanwaltschaft in Mainz verfolgt werden, wie jeder andere Fall von Beleidigung zwischen zwei Personen. Parallel zu seiner Klage als Privatmann verfolgt Erdogan einen zweiten Weg. Die Bundesregierung muss prüfen, ob sie der offiziellen Aufforderung der Türkei nachkommt, ein Strafverfahren gegen Böhmermann zu veranlassen, wegen Beleidigung eines Vertreters eines ausländischen Staates. Dabei müssen Belange der Bundesregierung, der Bundesrepublik berücksichtigt werden, ob das für unser Land nun gut oder schlecht ist. Also der Gestaltungsspielraum der Bundesregierung bei dieser Frage ist so groß, dass ich es tatsächlich als politische Entscheidung und nicht als rechtliche Entscheidung qualifizieren würde. Eine heikle politische Entscheidung. Merkel im Dilemma. Einerseits braucht sie Erdogans Wohlwollen dringend, um die Flüchtlingskrise zu bewältigen. Andererseits will sie bloß nicht als politisch erpressbar gelten. Ein Vorwurf der Opposition. Sie geht auf Konfrontation. Erdogan verträgt ganz offensichtlich die politischen Realitäten. Wer in seinem eigenen Land die Menschenrechte mit Füßen tritt, wer in seinem eigenen Land Journalisten verfolgen lässt, wer in seinem eigenen Land die Meinungsfreiheit einschränkt, der hat keinen Anspruch darauf, dass er Unterstützung bekommt bei der Verfolgung von Beleidigungen gegenüber seiner Person. Das ZDF selbst hatte das Schmähgedicht aus der Mediathek gelöscht, weil es den eigenen Qualitätsansprüchen nicht genügt habe. An Böhmermann und seiner Sendung hält man fest. Die Vorermittlungen haben begonnen. Wir werden abwarten, was in Berlin passiert. Auf jeden Fall wird der Rechtsstaat seinen Weg gehen. Und wir werden das einfach in Ruhe abwarten. Der Fall Böhmermann ist zum Politikum geworden, bringt gar die Kanzlerin in Bedrängnis. Jetzt wird er wohl auch ein Fall für die Justiz. Tja, Thomas Walde in Berlin, da fragen wir nach, wie sehr bringt das alles die Kanzlerin tatsächlich in Bedrängnis? Also das Vorgehen der Türkei und die politischen Reaktionen hier in Berlin zeigen ja, dass es inzwischen um deutlich mehr geht als eine Fernsehsatire. Das ist ein politischer Konflikt und ein Dilemma für die Bundesregierung. Sie braucht die Türkei in der Flüchtlingskrise. Wir erinnern uns, das Abkommen der EU mit der Türkei war ja maßgeblich auf deutsche Initiative zustande gekommen. Schon in den vergangenen Wochen war der Bundesregierung vorgeworfen worden, der Türkei zu sehr entgegenzukommen. Dafür etwa Verletzungen der Pressefreiheit in der Türkei nicht hinreichend kritisiert zu haben. Auch jetzt hat sich Frau Merkel durchaus angreifbar gemacht, als sie den Böhmermann-Text nach einem Telefonat mit dem türkischen Ministerpräsidenten öffentlich als, so wörtlich, bewusst verletzend kritisierte. Darum war der Regierungssprecher hier in Berlin zuletzt auch sehr wortreich bemüht, dem Eindruck entgegenzutreten, die Bundesregierung opfere die Meinungsfreiheit hierzulande der notwendigen Zusammenarbeit in der Flüchtlingskrise. Ganz gleich nun, wie die Bundesregierung entscheidet, sie wird jemanden vor den Kopf stoßen, entweder die türkische Seite oder Kritiker hierzulande. Da gibt es wohl wenig Kompromissmöglichkeiten. Das ist, denke ich, im Moment für die Regierung hier weniger eine juristische, sondern eine politische Abwägung. Die in den nächsten Stunden und Tagen getroffen werden soll. Vielen Dank, Thomas Walde nach Berlin. Die Meinungen gehen weit auseinander. Mehr als 100.000 Unterstützer haben sich einer Online-Petition zugunsten von Jan Böhmermann zum Beispiel angeschlossen. Die Initiatorin meint, Zitat, Die verletzten Gefühle eines Herrn Erdogan dürfen keinen Einfluss auf die Pressefreiheit in Deutschland haben. Viele andere fordern ein hartes Gerichtsurteil. Wie sehen das nun die Türken, die hier in Deutschland leben? Katharina Weisgerber hat sich in Bremen umgehört. Gröpelingen ist der Multikulti-Stadtteil der Hansestadt. Hier im Bremer Westen haben mehr als 40% der Menschen keinen deutschen Pass. Die Lindenhofstraße wird Klein Istanbul genannt, ein weitgehend geschlossenes türkisches Quartier. Der Strafantrag des türkischen Staatspräsidenten gegen Jan Böhmermann beschäftigt die hier lebenden Türken. Ich hoffe, dass diese Sache mit den Beleidigungen alles unterlassen wird, weil das ist eine Ebene, dass das Länderbasis nicht so gut ist. Weil hier leben sechs, sieben Millionen türkische Staatsangehörige und sozusagen ein Journalist beleidigt unter Gürtel den anderen Staatspräsidenten. Das ist unangenehm. Was würden Sie machen? Finden Sie richtig, die Anzeige? Ich finde nicht richtig, nein. Überhaupt nicht. Weil hier ist Deutschland, er ist in der Türkei. Also ich würde das nicht machen, nein. Das heißt, Sie finden, er reagiert zu doll? Zu doll, genau, ja, ja. Er macht das, ja. Ich denke mir mal, man soll es einfach gelassen sehen. Also natürlich ist das natürlich für viele ein rassistischer Anlass, aber man sollte es einfach so sein lassen, so wie es ist. Es ist Kunst eigentlich. Ich kann singen, was ich will. Solange ich dabei keinen Schaden bringe, ist doch normal. Das kann man machen. Jeder Mensch hat das Recht, seine Meinung zu sagen. Und man darf sie nicht von seinem Diktator die Meinung aufdrücken lassen. Und meiner Meinung nach geht das sogar zu weit, dass die, gerade die türkische Regierung, in Bezug auf Religion, Integration, hier viel zu viel mitredet. Deutschland ist Deutschland. Wir sind Multikulti. Aber nichtsdestotrotz hat jeder Mensch hier das Recht, seine Meinung zu sagen. Egal, in welche Richtung das geht. Aber eigentlich genießt man hier heute Morgen auch eher die frühlingshaften Temperaturen. Themen beim Kaffee gibt es viele, nicht nur Erdogan. Tja, aber, da können die Temperaturen noch so sehr schmeicheln. Es gibt Rechtsexperten, die nicht ausschließen, dass der Fall am Ende sogar vor dem Bundesverfassungsgericht landen könnte. Hat Böhmermann die Grenze zur Herabwürdigung eines Menschen überschritten? Welche juristische Auseinandersetzung ist jetzt am wahrscheinlichsten? Und kann man das mit ähnlichen Fällen der Vergangenheit vergleichen? Joachim Pohl fasst zusammen. Jetzt ist es amtlich. Es wird wohl ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung gegen Böhmermann geben. Die Frage ist nur im Großen oder im kleineren Stil. Im Großen heißt Beleidigung von Organen ausländischer Staaten. Sozusagen eine Art Majestätsbeleidigung. Es drohen Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren. Dafür braucht es zwei Dinge. Strafersuchen Erdogans, das liegt vor. Bundesregierung erteilt Ermächtigung zur Strafverfolgung. Wird heftigst geprüft. Bei der Frage, ob eine Strafverfolgungsermächtigung erteilt wird, ist die Bundesregierung nicht an geschriebene Voraussetzungen gebunden, sondern allein an ihre politische Einschätzung, ob ihr die außenpolitischen Beziehungen zur Türkei so wichtig sind, dass sie eine Strafverfolgungsermächtigung erteilt. Sorgt die Bundesregierung Nein zur Strafverfolgung, wäre das nicht das Ende. Erdogan kann sich sozusagen als jedermann gegen Beleidigung wehren. Antrag hat er schon gestellt. Strafmaß hier geringer, Geldstrafe oder bis zu einem Jahr Haft. In Deutschland der bekannteste Fall 1967. Der persische Schar Reza Pahlevi muss sich anhören, Persien sei ein KZ. Der Schar lässt nicht nur knüppeln, er erstattet auch Anzeige. Auch damals eine politische Zwickmühle. Die Diplomatie arbeitet fieberhaft, der Schar zieht zurück. Der Fall war entschärft. 1995 der chinesische Regierungschef Li Peng zu Besuch in Weimar. Demonstranten schimpfen ihn Massenmörder. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Beleidigung eines Staatsgastes. Doch die Chinesen verzichten weise auf einen Antrag. Die Sache wird eingestellt. 2012, die Satirezeitschrift Titanic nimmt den Papst aufs Korn. Scharf und sehr unter der Gürtellinie. Dem Vatikan mag es in den Fingern gejuckt haben, sich zu wehren. Doch dann entschied man sich auch hier taktisch gegen eine Verfolgung. Doch der türkische Präsident sucht wohl die Aufmerksamkeit. Einer, der weder zu Hause noch sonst wo Majestätsbeleidigung toleriert. Auch bei noch so respektlosen Sätzen kommen sie als Satire daher, können sie von der Meinungs- oder Kunstfreiheit gedeckt sein. Das ist auch der Knackpunkt im Fall Böhmermann. Prognose schwierig. Satire hat sicherlich immer die Aufgabe, an die Grenze zu gehen. Und deshalb haben wir es hier mit einem Grenzfall zu tun. Es gibt keine einschlägigen Entscheidungen, die man vergleichsweise heranziehen könnte. Aber es gibt eine klare Aussage des Bundesverfassungsgerichts. Und die ist zum einen im Zweifel für die Meinungsfreiheit. Die Bundesregierung muss jetzt entscheiden, gibt es ein Verfahren wegen Verunglimpfung des Staatsoberhaupts oder nur wegen einfacher Beleidigung. Es sei denn, auch Erdogan zieht noch zurück. Doch wer glaubt im Moment schon daran? Zugeschaltet aus Heidelberg ist mir Klaus Steck, ehemaliger Präsident der Akademie der Künste in Berlin und einer der bekanntesten Plakatkünstler Deutschlands. Herr Steck, Sie haben eine lange Erfahrung mit dem Thema Kunstfreiheit. 41 Verfahren gab es, die sich mit Ihren Arbeiten befasst haben. Und nie ist es Ihren Gegnern gelungen, Ihre Werke zu verbieten. Mit Blick auf die Gerichte, was würden Sie Jan Böhmermann heute gerne sagen? Na, dass er ruhig aus meiner Erfahrung heraus diesen Prozess entgegensehen kann. Die Richter sind wirklich auf der Seite der Meinungsfreiheit, jedenfalls in meinem Fall, immer gewesen, wie scharf man auch, und das ist das Wesen der Satire, dass sie scharf öffentlich etwas aufdeckt, was normalerweise im Verborgenen bleiben soll. Nein, der hat eigentlich gute Chancen, aber es ist ja längst eine Staatsaffäre daraus geworden. Ich bin jetzt kein Kunstkritiker, aber das, was er ausgelöst hat, das ist schon gewaltig. Das hätte ich mir so gar nicht vorstellen können. Aber ich glaube, am schwierigsten ist es jetzt für die Bundeskanzlerin. Die ist wirklich in einer Falle gelockt worden. Und ich denke, dass Herr Erdogan es kalt genießt, wie er sie da zappeln lässt, wie sie sich auch entscheidet, das wurde ja eben auch gesagt, das gereicht zu ihrem Nachteil nun mal leider. Was wäre denn in Ihren Augen das Bessere zu zeigen, die deutsche Gerichtsbarkeit funktioniert, oder das gar nicht erst so hochzuspielen, dass es dazu überhaupt kommt, dass ein Gericht darüber entscheidet, soweit man das in der Hand hat. Was die Mainzer Staatsanwaltschaft macht, ist natürlich Ihre Sache. Natürlich wird das besser. Also Sie haben ja das Scharurteil, jedenfalls den Versuch des Schars zitiert. Da ist es gar nicht zu einem Prozess gekommen. Und niemand will doch auch mutwillig die Beziehung zu einem anderen Land zerstören. Das unter Deutschland zumindest, unter vielen Deutschen, eine ziemlich einheitliche Meinung über den Erdogan herrscht. Das ist bekannt. Und ich glaube, er hat zuallerletzt das Recht, hier in unseren Bereich der Meinungsfreiheit einzudringen, was er ja auch versucht hat. Er kann klagen, das kann jeder Mensch tun. Privat ist ihm freigestellt. Und dann wird man sehen. Also der Satire, um nochmal das jetzt ins Spiel zu bringen, kann in Wahrheit gar nichts Besseres passieren. Also so viel Wirkung, nennen Sie mir einen Politiker, der mit anderthalb Minuten eine solche Welle auslösen könnte, wenn er es wollte. Das ist gelungen. Respekt dem Kollegen Böhmermann. Ich bin ein satirischer Altersschule. Ich halte mich in der Regel oberhalb der Gürtellinie auf. Er ist einen anderen Weg gegangen. Das ist seine Entscheidung gewesen. Dazu wird er auch stehen. Er hat ja auch nichts zurückgezogen. Warum auch? Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Ich glaube, viele Leute werden das auch als eine wichtige Debatte über die Meinungsfreiheit empfinden, die es in der Türkei nicht mehr gibt. Von Pressefreiheit kann man da wirklich nicht mehr reden, wenn er nur das ausgelöst hat. Toll. Ich danke Ihnen, Klaus Steck, dass Sie an dieser Debatte teilgenommen haben. Vielen Dank nach Heidelberg. Auf heute.de finden Sie aus den bekannten Gründen das Böhmermann-Gedicht nicht. Aber natürlich alle Entwicklungen und Informationen rund um das Thema. Zum vierten Mal treffen sich heute die Teilnehmer des sogenannten Pharma-Dialogs in Berlin. Vertreter der Bundesregierung und der Pharmaindustrie beraten darüber, wie Patienten mit guten und gleichzeitig bezahlbaren Medikamenten versorgt werden können. Denn bei jedem neuen Mittel gibt es die Abwägung zwischen dem medizinischen Nutzen und den Kosten. Frank Buchwald über die Frage, was darf Leben kosten? Für viele letzte Hoffnung, hochwirksame neue Medikamente, Wunderwaffen gegen Krebs und andere, bisher kaum heilbare Krankheiten. Die Kosten solcher Medikamente aber sind hoch. Hunderttausende Euro pro Patient, manchmal Millionen. Krankenkassen geraten finanziell an ihre Grenzen und die Politik in ein Dilemma. Wir wollen uns auch nach den Erfahrungen der letzten Jahre und auch angesichts des erfreulichen Fortschritts, den wir in diesem Bereich erwarten, einerseits sicherstellen, dass solcher Fortschritt, der in Deutschland schneller als in den allermeisten anderen Ländern in der Versorgung tatsächlich ankommt, auch nicht mit unnötigen Zusatzlasten belastet wird. Andererseits, viele Kassen können diese Lasten kaum noch schultern. Bisher dürfen Hersteller für ein Jahr den Preis frei bestimmen. In diesem ersten Jahr verhandeln sie mit den Kassen über den endgültigen, meist niedrigeren Preis. Künftig soll dieser endgültige Preis rückwirkend auch schon im ersten Jahr gelten, sobald der Umsatz für ein Medikament einen vorher festgelegten hohen Schwellenwert erreicht hat. Die Pharmaindustrie begründet die hohen Preise für Arzneimittel mit hohen Kosten für Forschung und Entwicklung und warnt. Insofern, glaube ich, ist hier ein Weg gefunden worden, der jetzt von der Schwelle abhängt. Denn wenn die Schwelle zur Technologiebremse wird, dann wäre das für uns nicht akzeptabel. Ein Problem, das auch die Kassen sehen. Sie aber fürchten, über extrem teure Medikamente in eine Kostenfalle zu geraten. Wir als Krankenkassen hätten uns gewünscht, dass der Preis, den wir im Laufe des Verfahrens aushandeln mit der Pharmaindustrie, der als fairer Preis ausgehandelt wird, vom ersten Tag der Zulassung angeht. Es ist ein Streit, der sich nur vordergründig um Geld dreht. Am Ende geht es um die Frage, wie viel Last eine Solidargemeinschaft zu tragen bereit ist, um einzelne Leben zu verlängern oder zu retten. Ein schreckliches Dilemma. Einfache Antworten gibt es leider nicht. Deshalb reden wir noch ein bisschen ausführlicher darüber. Aus Berlin ist mir Prof. Jürgen Wasem zugeschaltet. Er ist Gesundheitsökonom und leitet die Schiedsstelle, die letztendlich über Preis-Obergrenzen bei neuen Medikamenten entscheidet. Herr Prof. Wasem, warum sind denn neue Medikamente oft so teuer? Nun, der Beitrag gerade hat es ja schon deutlich gemacht. Im Kern geht es nicht um die Produktionskosten der neuen Arzneimittel, sondern im Kern geht es um die Kosten für die Entwicklung. Dazu muss man wissen, dass in der Vorklinik viele 100 Arzneimittel getestet werden, bis dann ein Arzneimittel schließlich auf den Markt kommt. Und die Pharmaunternehmen sagen mit Recht, sie müssen die Kosten für die Fehlversuche natürlich auch über die Preise der Arzneimittel decken, die schließlich erfolgreich sind. Dass die Pharmaunternehmen zusätzlich noch Gewinne wollen, machen, ist klar. Wie lassen sich denn solche hohen Preise, von vielen ja auch Mondpreise genannt, verhindern? Nun, wir haben ja vor fünf Jahren ein neues Gesetz gemacht, an dem jetzt gerade gebastelt wird, wo wir erstmals in Deutschland geregelt haben, dass systematisch jedes neue Arzneimittel auch seinen Nutzen untersucht wird. Und nur dann, wenn es überhaupt einen zusätzlichen Nutzen hat gegenüber dem, was es schon gibt, darf es einen höheren Preis bekommen. Und über den höheren Preis wird dann verhandelt. Im Moment ist die Situation so, das hat der Beitrag ja auch gezeigt, dass das ganze erste Jahr der Hersteller den Preis frei festsetzen darf. Und dass dann der verhandelte Preis, der im Laufe des zweiten Halbjahres dann ausgehandelt wird, wenn ein Medikament neu da ist, ab einem Jahr dann, nach dem 13. Monat, in Kraft tritt. Das soll jetzt unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich wenn das neue Arzneimittel sehr rasch hohe Umsätze macht, schon vorher erfolgen. Ich finde, das ist ein guter Kompromiss. Wir brauchen einerseits schon, denke ich, die freie Preisgestaltung der Hersteller am Anfang. Aber wir müssen auch aufpassen, dass das die Krankenkassenfinanzen nicht zu sehr strapaziert. Wie kann man denn, abgesehen davon, aus Ihrer Sicht in Zukunft garantieren, dass jeder, ganz egal ob arm oder reich, jede nötige Therapie bekommt? Nun, ich glaube, das ist im Moment nicht ein zentrales Problem in Deutschland. Die Preise, die wir verhandeln, die gelten dann für alle Versicherten, sowohl für die gesetzlich Versicherten als auch für die Privatversicherten. Und auch im Übrigen, wenn ein Hersteller sich entscheidet, weil ihm der Preis in Deutschland nicht gefällt, vom Markt zu gehen, dann trifft das die Privaten und die gesetzlich Versicherten, damit die Besser- und die Geringerverdienenden, genau gleich. Wir haben sicherlich Probleme, manchmal auf der regionalen Ebene. Die regionalen Krankenkassen schließen mit den regionalen Vereinigungen der Ärzte, Verträge, in denen nähere Bedingungen über den Arzneimitteleinsatz geregelt werden. Und da kommt es manchmal vor, dass Arzneimittel sehr knapp nur verordnet werden, weil die Ärzte ihre Budgets gefährdet sehen und keine Lust haben, in finanziellen Stress zu bekommen wegen der Verordnung von Arzneimitteln. Aber ich glaube, wir haben aktuell nicht das Problem, dass gute Arzneimittel den deutschen Versicherten nicht zur Verfügung gestellt werden. Und ich glaube, auch die Regelungen von heute werden daran nichts ändern. Vielen Dank, Professor Jürgen Basem nach Berlin. Tschüss.